Nicht nur die Tomaten- und Paprika-Welt punktet mit ihrer Vielfalt an Formen, verschiedenen Farben und Größen. Das gilt natürlich auch für die anderen Nachtschattengewächsen, wie zum Beispiel die Pflanze, die jetzt, glaube ich, ursprünglich aus Indien kommt, die Aubergine. Und ich möchte euch einfach mal meine Sorten zeigen, die ich so angebaut habe. Aber da sind wirklich sehr unterschiedliche Sachen dabei, beziehungsweise unterschiedliche Sorten von groß bis klein in, glaube ich, in drei oder vier verschiedenen Farben oder Farbmustern. Und das ist dann auch wieder so einfach ein kleines Video, was ich euch zeigen möchte, dass es nicht nur die eine Aubergine aus dem Supermarkt gibt. Nach mehr als zwei Jahren und über 1000 Stunden Arbeitszeit habe ich nun mein erstes Buch fertiggestellt. Dieses Werk erzählt meine Geschichte von Anbeginn meiner Geburt bis zum heutigen Zeitpunkt. Dabei schildere ich meine Erlebnisse, Entscheidungen, Erfahrungen und Gefühle, die ich während meines Lebens machen durfte. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Buch zu verschenken, aufgrund der Erfahrungen und Erlebnisse der letzten vier Jahre. Ich werde die PDF-Datei auf meiner Webseite frei zur Verfügung stellen, sodass sie jeder auf der Seite herunterladen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und vielleicht könnt ihr etwas für euer Leben mitnehmen, um es zu bereichern. Friedvolle Grüße, euer Christian. Das hier ist jetzt die Aubergine Black Beauty. Hier könnt ihr schon die erste Frucht sehen, Mitte Juli. Schon ein ordentliches Stück. Viel dazu mittelgroße bis große Früchte, je nachdem wie viele Blüten dran gelassen werden. Die hat jetzt bei mir momentan zwei Früchte und ist dann doch eine sehr große Aubergine, die ich hier im Anbau habe. Das ist jetzt hier die Aubergine Zora. Das ist jetzt eine Pflanze, die ich mir mal gekauft habe, weil ich die Sorte nicht hatte. Wie ihr hier sehen könnt, hat es schon die erste Frucht. Bittet so längliche Früchte aus. Man hat jetzt schon einige Blüten. Hier im Gewächshaus allgemein sind die Pflanzen ein bisschen kleiner, weil der Boden noch nicht ganz so gut ist. Und das ist jetzt auch eine interessante Aubergine. Das ist nämlich so eine wolkenförmige Aubergine oder so eine geriffelte, so ein bisschen nicht so wie die Zora, so ein Stab oder sowas ist, sondern die ist ein bisschen mehr gewölbt. Das ist schon die größte Frucht hier und die hat dann hier noch ein paar Blüten und da kommt noch mal ein neuer Blütenansatz. Und ich glaube, die Aubergine habe ich schon mal gezeigt, so diese gewöhnlichen, wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Und einen Moment, die Chili muss mal zur Seite. Und das ist schon ein richtiger Oschi hier. Also das ist wirklich eine große Frucht und die werde ich dann die nächsten Tage ernten. Da sind schon ein paar neue Blüten und ja, wenn dann die Zeit kommt, Samen zu nehmen, dann werde ich sie wahrscheinlich von so einer großen Frucht oder von der hier auch nehmen, damit ich hier weiter die Pflanzen anbauen kann. Das hier ist jetzt eine Aubergine, die ganz hinten am Tunnel steht. Die ist jetzt von einem Freund, die Pflanze. Und da wusste ich nicht, welche Sorte es ist, beziehungsweise hat mich einfach mal überraschen lassen. Und diese Sorte, die er hier hat, ich glaube, das ist eine italienische Ursprungssorte, weil die jetzt hier so ein bisschen lila abfärbt. Aber hier vorne so ein bisschen von der Musterung her, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die ist so ein bisschen grün gestreift, weiß. Und das ist halt eine sehr interessante Aubergine-Sorte und hier hat sogar eine Schnecke hier Unwesen getrieben. Diese kleine Aubergine-Pflanze ist die Sorte Bambino, heißt auf Italienisch Junge, soweit ich weiß. Und das ist jetzt zum Beispiel eine sehr ertragreiche Sorte, die optimal für einen Kübel oder einen Balkon geeignet ist. Also wie ihr sehen könnt, bildet hier so kleine runde Früchtchen. Hat da schon ein paar mehr. Und es hat eine recht ertragreiche Sorte. Bei dieser Aubergine weiß ich nicht genau, wie die Sorte heißt. Aber was ich weiß, ist, dass die so runde, eher so rundförmliche Auberginen ausbildet. Das ist jetzt die größte Frucht, die ich hier habe. Und ja, das sind jetzt nicht so die gewöhnlichen Auberginen, wie man sie kennt. Also zum Beispiel die Black Beauty oder die ganz normalen, ja, folgenartigen. Das ist halt jetzt einfach mal so interessanterweise eine kugelförmige. Und da habe ich auch letztes Jahr eine weiße gehabt. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt ein bisschen gekreuzt hat mit anderen Auberginen. Und ja, da kommen jetzt noch ein paar weitere Blüten. Und bin ich da mal ein bisschen gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählen würdet. Ist ihnen auch weiterhin, für das der Kanal immer stetig weiter wächst. Und ja, ich sozusagen auch eine kleine Inspiration habe, für euch weiterhin Videos zu machen und dieses Projekt auch am Laufen zu erhalten. Und sonst findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und für das Projekt unten in der Videobeschreibung. Und natürlich auch auf meiner Webseite unter Unterstützung. Und sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017